Ich erkläre die Bedeutung von dem Satz, nicht die Beweis, sondern die Bedeutung und ich gehe nochmal zurück auf Brüche, sowas 2x hoch 3 durch 3x hoch 4 plus x plus 7. Wenn jetzt x sehr groß wird, dann ist in dem Fall so, da will der Zähler gegen 0 und der Nenner will gegen unendlich und der Nenner will gegen unendlich. x hoch 4, wenn x groß ist, wird das gegen unendlich. Aber in dem Fall gewinnt unten der Nenner. Der geht schneller gegen unendlich, weil x hoch 4 größer ist. Und deswegen ist es in dem Fall 0. Und wir fragen uns, wer gewinnt, der Zähler oder der Nenner? Und es gewinnt eben immer die Potenz, immer das x hoch r. Ich schaue mir dazu mal den Graphen an und man sollte den Ellen, wenn hier 1 ist, den Ellen immer skizzieren können. Ja, das ist der Ellen. Und wenn ich ein x² habe, r gleich 2x², dann ist ziemlich logisch, so y gleich x², dass die hier schneller gegen unendlich und viel schneller. Ellen läuft langsam, extrem langsam. Aber das gilt für r Element r plus. Also wenn jetzt hier r gleich 1 halb ist, dann habe ich hier Ellen x durch Wurzel aus x. Die Wurzelfunktion, die schaut ungefähr so aus. Die ist auch nicht so schnell. Ja, läuft gegen unendlich. Das ist y gleich Wurzel aus x. Oder ich könnte r gleich 1 Drittel machen, eine dritte Wurzel aus x. Die ist auch schon sehr langsam. Oder r hoch 0,001. Und dennoch, der Ellen verliert gegen alle diese Wurzeln. Und deswegen, das was man sich fürs Abi merkt, Ellen, da steckt ein L drin. Ellen ist immer der Loser. Ellen verliert gegen alle Potenzen. Und e war immer der Gewinner. e-Funktion ist das, was gegen jede Potenz gewinnt. Und Ellen ist das, was gegen jede Potenz verliert. Und das sind diese Sätze da.